willkommen zurück hier bei ghost giant via ja dieses werfen hier ist ein bisschen frustrierend erstens wenn man nicht trifft und zweitens weil ich jemand das mikrofon irgendwo im weg ist das ist nicht so cool das hier ist echt nicht gleich doch wieder wer so werfen geht wahrscheinlich besser jetzt komm 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 gibt es doch nicht warte mal so ist nicht es gibt es nicht der war zu kurz ich werfe immer darüber kann also mit dem basketballkorb können auch noch mühsam werden ja nein das war so knapp ich habe fast den kopf getroffen schade nein zu hoch zu tief echt nicht leicht versuchst natürlich jetzt auch fast zu schnell zu machen auch kommen es gibt es nicht das trifft jetzt den kopf ich krieg's nicht hin ich krieg's nicht hin nein so krieg ich es nicht hin ja endlich endlich ich dachte damit könnten wir uns jetzt die sachen da holen kann ich jetzt sehr cool so sehr gut was haben wir da noch ich habe ich jetzt mit dem das weiß ich gar nicht das ist so ein übergang so der ist auch wieder hier was haben wir eigentlich hier da hinten versteckt sich doch glaube ich noch was oder kann das sein da komme ich soweit darf ich mir wohl nicht greifen komm wir versuchen noch ein paar mal den korb da Mist aber das wird eher mühsam das wird sehr anstrengend den zu kriegen oh ja perfekt wow wow hätte ich nicht gedacht oh da hinten ist ein Schlüssel das sehe ich erst jetzt da sind noch ein paar sachen okay okay erst mal hier so was willst du jetzt es ist dir zu dunkel es ist dir zu dunkel kurzen Moment so bin wieder da die Mäuse haben da irgendwas rumgeknabbert die sind direkt neben mir ah noch ein das ist ein cooler Hut hier nimm den mal weg mit dem der ist viel cooler ja oh was haben achso das ist das was wir gerade genommen haben oh hier vielleicht nein ne 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 ja schwer ne 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 Ja, schwierig. Das hier wäre halt nicht schlecht gewesen. Wow, das ist ja voll die große Stadt, sehe ich gerade. Doch, die wäre viel kleiner. Ja, da hinten liegen halt noch so ein paar Sachen. Aber ich glaube nicht, dass ich zu denen hinkomme. Kann ich den so auswerfen vielleicht? Warte mal. Oh ja, oh ja, ach so. Okay, warte mal. Ich muss das anders halten. So. Kommt, wir müssen da rüberkommen. Wir müssen eine Runde angeln. Aber das ist nicht so einfach. Die Schnur da bewegt sich. Es ist ein bisschen doof. Everyone's so busy these days. They don't pay attention and see the beauty and the things they throw away. Well, all the better for me. Da habe ich was erwischt. Eine Batterie. Wo setze ich die denn jetzt ein? Ja, schön. Ich habe eine Batterie, aber ich habe keine Ahnung, wo ich die einsetzen soll. Hier. Eine Batterie. Und der Schlüssel bringt mir halt auch nichts, weil ich... Ah, doch, der Schlüssel müsste da oben sein, ne? Okay, warte mal kurz. Moment, da müssen wir noch versuchen, uns den Schlüssel zu angeln. Aber der ist ziemlich weit weg. Das wird nicht einfach. Ist das jetzt die falsche Richtung? So. Oh, da habe ich noch was. Ohne Lampe. Ach so. Ah, warte mal. Ah, eine Taschenlampe. Sehr cool. Habe ich gar nicht gesehen, das Teil. Oh, nur eine Katze. Komm. Ich bin zu Angst, um mich zu gehen. Weiter gehen. Okay. Du bist okay, Luis. Es ist ein Grafjahr. Jeder ist tot. Sie können dich nicht schmerzen. So ist es. Ich bin nicht Angst. Ich bin nicht Angst. Ah! Was war das? Hier ist gar nichts. Keine Angst. Das ist ein Grafjahr. Ich bin nicht schmerzen. Warum bist du nicht schmerzen? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin Mademoiselle Baudelaire. Die famous Ghosthunter. Oder, würde ich sagen sagen, Infamous. G-G-Ghosthunter? Drei. Drei. Aber ich bin wirklich da. Kein Problem. All I have to do is raise the dead and ask if they're up for photoshoot. Do you know any ghosts who are visible to everyone and not just me? I should start a ghost hunting group. Ghost hunters? Vielleicht der Schlüssel jetzt? Just dump them here. But my father's final words to me were, never give up, son. Then he said, resting is not the future. I don't think he meant that. Well, all the better for me. Come on. I have to go. Okay. I'll give it one last go. Plastic sheets. Plastic sheets for sale. You don't have to wash them. Just rinse them off. Komm da nicht hin. Das reicht ganz knapp nicht. Ich bin der Mitglied von Soundcool und all I want sind reale Blätter und non-plastische Schieße. Haha, sie haben nicht mich oder meine Schieße. Okay, das hat geklappt. Ups. Nein. Jetzt noch den Geist. Geist. Okay, wir haben es geschafft. Uuuuuh. Geist. Ich such dich heiiiil. Geist. 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 Ich geiste rum. Ich tanze. Auf diesem Zaun. Geist. 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 Ich werf dich mal weg. Ja. das habe ich versucht die schnur ist runter hallo klappt dich immer alles so perfekt ist das schon alles an schnur ok probieren wir es scheint es ein bisschen kurz aber okay ich habe ihn bist du bereit Louis los geht's das ist nicht wie es sieht du bist nicht ein schnur warum nein ich arbeite für die die schmutzung und ich schraue das in diesem das ist sehr sehr oh nein du bist warte haben wir vorher nein definitiv nicht jetzt bitte bitte er hat hier das grab ausgeräumt warte wieder save me ich bitte nur ein bisschen weiter sorry ist das der Ende für den großen Cory Picker ich sollte ein Grab bitte helfe nicht frei ich werde das nicht ich kann das das sind Freunde ok na gut dann suchen wir das klavier so runter mit dir runter mit dir hier liegt zu viel Zeug rum aha da hat sie da ist da ist da ist da ist nicht ich habe gesagt nein das kannst du nicht tun wir brauchen ihn kann ich das aufziehen ja kann ich das aufziehen ja wie weit noch du 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 und du 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 dass das nicht oft wird auf nach der aus hoch Hö was jetzt los jetzt ist das klavier da ins wasser gefallen nein du sollst das klavier rausfischen komm her papier ist aber nicht ob das was bringt ja jetzt geht es besser ok ich habe meine taschenlappe weg ich bin sorry ich habe dich aufgewacht ich habe mich aufgewacht nie aufgewacht ich habe mich nur um meine oberfläche ok wo hast du gesagt du gehst? Herr Toussaint, aber... Doktor? gotcha! Ich bin weg! Komm her, Spookgiant! Wer mit ihr? Mein Ghostganger Ok Haben wir denn alles? Nein, ein Hut fehlte und die kleine Raupe auch wow da gibt es noch einiges zu suchen, ne? Ich denke das werden wir in der nächsten Folge machen, oder? Ja wird schon wieder Zeit für eine Pause, ne? Ich gucke mich jetzt nochmal kurz um Kann ich nix machen? Na, vielleicht ist hier noch was? Ha! Den Hut habe ich gefunden! Jetzt brauche ich nur noch die Raupe Da, ich sehe sie! Ha! Ha! Gefunden! Sehr schön! Dann sehen wir uns, ja, beim nächsten Mal wieder Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann! Tschüss! Tschüss! So, da melde ich mich nochmal ganz kurz zurück um euch zu zeigen, wo hier die kleine Raupe versteckt ist und zwar da! Das war's nun aber wirklich mit diesem Part Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!